Jetzt haben wir den Salat. Deutschland wird nicht Weltmeister. Deutschland ist in der Vorrunde der Fußball-WM ausgeschieden. Zum zweiten Mal nacheinander schon in Russland war es so. Und auch bei der EM dazwischen lief es nicht gut. Da ist man im Achtelfinale ausgeschieden. Und das oberste Fußballtribunal der Nation, die Bild, hat ein vernichtendes Urteil gefällt. Sie sagte, wir sind jetzt nur noch ein Fußballzwerg der frühere Fußballriese. Und in meinen Augen ist das ein Fanal, also ein Signal. Normalerweise sagt man Fanal beim Aufbruch. In dem Fall ist es aber eher ein Zusammenbruch. Weil das, was hier mit der Mannschaft geschehen ist, Nationalmannschaft darf man ja nicht mehr sagen, oder so nennen sie sich nur noch ungern, das ist auch typisch für das, was in unserem Land geschieht und der Niedergang ist parallel. In meinen Augen eine der wichtigen Ursachen für dieses Debakel, diese Ideologisierung, die Politisierung, dass sich alles um die Haltung drehte, dass es da tagelang, wochenlang vorher hin und her ging mit dieser Regenbogenbinde und dass man sich weniger auf das Sportliche konzentrierte als darauf, dass das riesige Unruhe brachte in die Mannschaft. Und das sagte ja auch einer der Verteidiger, dass das 2018 in Russland einer der Gründe für das schlechte Abschneiden war. Da ging es nicht um Regenbogenbinde, da ging es um Özil und sein Foto mit Erdogan. Ja, Ideologie, dann zum anderen diese mangelnde Selbstkritik, auch jetzt wieder nach dem Ausscheiden, da hieß es dann ja, die Spanier sind schuld oder wir haben alles getan. Nein, es ist eben nicht alles getan worden, weil sonst wäre heute das Schicksal von Fußballdeutschland nicht von Spanien abhängig gewesen. Sonst hätte man es in eigenen Händen gehabt. Diese Überheblichkeit, dass man immer noch glaubt, man sei besser als andere, vor allem moralisch dieser mangelnde Realitätssinn und auch Überheblichkeit auf dem Platz, wie der Rüdiger im ersten Spiel, als er sich dann lustig machte über einen Japaner, dass der nicht so schnell war, Überheblichkeit kommt vor dem Fall. Und in meinen Augen ist das sehr traurig, aber auch sehr symbolisch, denn wir erleben das nicht nur im Fußball, dass wir da kein Riese mehr sind, wir erleben das auch mit unserem Land, vor allem mit der Wirtschaft und mit dem, was früher die Stärken ausmachte. Ich will jetzt gar nicht in die ganzen Details gehen, das würde zu weit führen. Und die Krone des Ganzen, die setzte dann die ARD auf. Kurz nach dem Spiel in den Tagesthemen, da hat man dann eine Umfrage präsentiert, wo es wieder nur um die Politik ging im Fußball. Und da hieß es dann tatsächlich, fast die Hälfte der Befragten finden, man hätte mehr Haltung zeigen sollen im Hinblick auf diese Geste vor dem Spiel zwischen Japan. Völliges Desaster, die Mannschaft ist ausgeschieden, wir stehen vor den sportlichen Ruinen und was macht die ARD mit dem Gebührenzahlergeld? Eine Umfrage bringt sie und die Haltung war nicht gut genug. Das kann man sich doch wirklich nicht mehr ausdenken. Ja, traurig. Aber damit wir nicht ins Heulen kommen, versuche ich es mit Geigenhumor. Und ich habe mir, um etwas Lachen hier in die Situation hereinzubringen, überlegt, wie denn unsere größten Vertreter des politmedialen Komplexes auf das Ganze reagiert haben könnten. Und jetzt lese ich mal die Reaktionen, die ich mir vorgestellt habe, vor. Und ich hoffe, sie schmunzeln etwas mit, mit mir. Voila. AFB, DFB, dafür haben wir Haltung bewiesen. Lauterbach, wir waren nicht genug geboostert. Gesken, wir sind Moralweltmeister. Kevin Kühnert, wir brauchen eine Fußballabgabe. Göring Eckert, das Achtelfinale wird bunter werden. Ich freue mich darauf. Lufthansa, im Prinzip gilt aber weiter. Diversity wins. Lindner, mit mir als Trainer wäre das nicht passiert. Flick, die Spanier sind schuld, nicht wir. Baerbock, wir haben doch gewonnen. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Nancy Faeser, Rechte sind schuld. Ich ordne eine Razzian. Habeck, Deutschland ist nicht ausgeschieden. Wir sind nur nicht im Achtelfinale. Merkel, das muss sofort rückgängig gemacht werden. Gegen die SchiedsrichterInnen muss ermittelt werden. Scholz, ich kann mich nicht erinnern an gar nichts. Was war da heute? Ricarda Lang, wir haben es mit der Binde allen gezeigt. Ein paar Leser haben wir geschrieben. Bei Ricarda Lang hätte man auch sagen können, mit mir im Tor wäre das nicht passiert. Aber da enthalte ich mich. Und als letzte Greta, das macht die Klimabilanz besser. Ja, ich finde, besser kann man die ganze Absurdität nicht auf den Punkt bringen. Und ja, vielleicht müssen wir ja der Mannschaft sogar dankbar sein, dass sie uns dieses Signal setzt. Vielleicht hilft das ja, dass einige doch aufwachen aus der Verdrängung, aus dieser Illusion, dass alles noch so wunderbar ist. Im Fußball ist diese Illusion jetzt endgültig geplatzt. Und ich fürchte, im realen Leben wird dieses Platzen noch viel schmerzhafter sein. Das war es für heute. Gute Nachrichten. Ich habe es schon auf meiner Seite. Die Ermittlungen gegen mich sind eingestellt von der Berliner Staatsanwaltschaft. Zwei Verfahren findet man alles auf der Seite. Also alle Verfahren damit. Das ist schon mal eine gute Nachricht zur Weihnachtszeit. Ansonsten gehen die Schikanen weiter von dem Werbebeikott über die Probleme mit Bank, Paypal und all dem. Aber da sind wir gewöhnt. Wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk noch sucht und dabei auch unterstützen möchtet, hier gibt es die tollen T-Shirts. Jetzt wieder mit meinen Lieblingssprüchen. Hier nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. Unterstützung und was Schönes gleichzeitig www.eine-frage-noch.de Gibt es auch viele Fun-T-Shirts und Fun-Produkte jetzt mit schönen Sprüchen. Von der Tasse über Mützen bis hin zu Aufklebern. Die Unterstützer machen das mit toller Hingabe. Ein ganz herzliches Dank. Ein ganz herzliches Dankeschön. Sorry, es ist spät, schon nach 2 Uhr geht auf 3 Uhr zu, wenn ich dieses Video mache. Ihr seht es hoffentlich dann in der Früh schon ausgeschlafen. Alles Gute. Danke. Wieder reinschauen. Tschüss. Witz haben wir heute gerade keinen. Das waren die Tagesthemen in der ARD, die dann nach dem Ausscheiden ihre Haltungsumfrage bringen. Das kann man mit keinem Witz mehr toppen. Alles Gute. Danke. Ciao. Das war's für heute, momentan. 些 Haltungsumfrage. Vielen Dank.